Musik Hier ist wirklich so ein sicherer Ort, wo die Frauen hinkommen können und entspannen. Kinder können spielen und hier wird ganz viel Traumabewältigung auch gemacht und es ist alles so miteinander verbunden. Ich finde es total schön zu sehen, wie die Mütter wirklich auch strahlen, wenn sie hier über diesen Ort sprechen.